Möchten Sie Ihr Passwort neu vergeben, nutzen Sie einfach unseren Self-Service beim Login. Sie klicken auf Passwort vergessen oder gesperrt und geben Ihren Benutzernamen oder Ihre Kundennummer ein, geben Ihr Geburtsdatum ein und vergeben ein neues Passwort mit entsprechender Wiederholung der Eingabe. Die Freigabe der Aktion erfolgt via TAN. Über das Dropdown-Menü können Sie das Freigabemedium auswählen. Nach Freigabe der Änderung ist dieses gültig für Ihren Login im Browser, in der App und in Handelsplattformen, die Sie mit Ihren Flatex-Logindaten verwenden. Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken.